Ich habe Fort Refugio erreicht. Der Informant ist unsere einzige Spur. Ich hoffe, er ist noch am Leben. Die Alliierten hielten diesen Ort bereits 41 während der Operation Compass. Darum kenne ich den Grundriss. Die Festung klebt an einem Felskliff, uneinnehmbar für eine Armee. Aber ein Einzelkämpfer sollte einen Schleichvik hineinfinden, sobald ich an den Suchscheinwerfern vorbei bin. Sogar nachts sind die Achsenmächte auf den Beinen. Es wäre Selbstmord, mein Gewehr einzusetzen, solange ich hier unten bin. Und selbst dann, wenn man mich hört, werden sie Verstärkung anfordern. Ein Sturm zieht auf. Der kommt mir gerade recht.